Ja hallo zusammen, heute kommt zu einem ganz kleinen, ja, Spoiler-Video würde ich mal sagen. Ich weiß gar nicht, ob ihr es auf dem Schirm habt, aber Ende des Monats, und zwar genau am 25. August, kommt die neue Commander 2017 Edition raus. Ich freue mich riesig, wird natürlich hier auf dem Kanal Unboxing und vermutlich wir eben auch Gameplays der neuen Decks geben. Und ich habe eine neue Karte bekommen, die ich hier jetzt euch präsentieren kann. Und quasi, die hat noch keiner gesehen. Es gibt auch noch nicht viele Spoiler im Internet. Und ich habe einen exklusiv, ja, einen Spoiler quasi für euch bekommen. Wollt das nicht nur auf Twitter und Facebook posten, da sehen das immer nicht so viele. Deswegen hier quasi kleines Commander-Reminder-Video. Und ja, Hintergrund seht ihr auch schon, die blutgeschmiedete Kriegs-Axt. Um die geht's, das ist meine Spoiler-Karte und die war echt cool. Und Achtung, ist eine Rare, ziemlich nice. Ich weiß auch noch nicht, in welches Deck sie so reingehört. Auf jeden Fall nice, ich wollte die halt nicht nur auf den anderen Sachen posten. Ja, die blutgeschmiedete Kriegs-Axt. Ein Mana, die ausgerüstete Kreatur kriegt plus zwei, plus null. Denke ich sofort an. Bone-Splinter sind schon sehr solide Werte. Und immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie der blutgeschmiedeten Kriegs-Axt ist. Und ausrüsten für zwei. Auf jeden Fall eine super coole Karte in einem aggressiven Deck. Ich bin gespannt, was für ein Commander-Deck da drumherum gebaut wird. Vielleicht halt irgendwas mit Equipments. Finde ich immer sehr, sehr, sehr cool. Equipments generell sehr stark. Und diese Kopierfunktion auf der Axt finde ich natürlich sehr, sehr, sehr cool. Das kann halt sehr schnell für den Gegner einfach ausarten, wenn man das mit vielen kleinen Kreaturen kombiniert. Und am besten irgendwie noch ein bisschen, ja, an den Ausrüstungskosten quasi rumdreht. Ich habe euch jetzt, da wir jetzt ein extra Video machen, ein paar Karten vorbereitet, die halt super zu der blutgeschmiedeten Kriegs-Axt passen. Und zwar sind das folgende. Sigardas Aid ist mir sofort eingefallen. Für ein Mana-Enchantment, wir dürfen Aura und Equipment-Zaubersprüche casten, als ob sie aufblitzen hätten. Und immer wenn ein Equipment unter unserer Kontrolle ins Spiel kommt, dürfen wir das sofort an eine Kreatur ausrüsten, die wir wollen natürlich dann auch ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Und das ist natürlich perfekt mit der Axt. Kostet auch nur ein Mana, das Enchantment. Und das ist mir spontan eingefallen als mit das Beste. Man kann jetzt noch nicht viel spekulieren, wie die Decks aussehen. Aber schon fürs Casual kann das auch funktionieren, wenn man die Karten irgendwo dann doch mal aufgreifen kann. Fände ich sie ganz cool auf jeden Fall. In einem sehr schnellen White-Winny-Equipment-Deck. Jedes Mal, wenn unsere Kreaturen den Gegner Kampfschaden zufügen, kriegen wir eine neue Axt. Und die wird automatisch direkt wieder an eine Kreatur angelegt. Definitiv sehr stark. Deswegen gefällt mir die Axt halt auch so gut. Aber natürlich können wir das noch kombinieren mit Karten wie Pure Steel Paladin, wo wir dann einfach Equipment-Kosten auf Null setzen können. Die Decks gibt es ja schon öfters. Immer wenn ein Equipment unter unserer Kontrolle ins Spiel kommt, ziehen wir auch noch zusätzlich eine Karte. Das ist halt auch super stark. Das Ganze auf einer 2-Mana-Kreatur. Also da kann man definitiv was mitmachen mit der Axt. Es gibt natürlich noch die ein oder andere Karte. So die ganzen Core-Artefischer haben immer noch gute Effekte damit. Es gibt auf jeden Fall einiges. Und wollte euch das hier einfach mal dann noch zusätzlich gezeigt haben. Ja, das war es auch schon für dieses ganz kleine Review-Video. Beziehungsweise der Card-Reveal. Die Karte wurde der Welt-Revealed. Ich fand die Karte echt cool. Freue mich immer, wenn ich so eine Karte vorstellen kann. Und jetzt freue ich mich tatsächlich schon auf das neue Commander-Set. Hab Bock damit. Bin gespannt, was noch für Karten dann gespoilert werden. Generell auf der Welt in den nächsten Tagen. Und wie die Sachen dann aussehen. Natürlich bin ich auch gespannt, wie sich das Ganze spielen lässt. Aber weitere Infos findet ihr natürlich dann hier demnächst auch bei mir auf dem Kanal. Ja, ich hoffe das kleine Bonus-Video hat euch gefallen. Lasst reichlich Kommentare da, wie ihr die Axt zum Beispiel findet. Und ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag. Bis morgen. Ciao.